Die allermeisten Abiturienten, die Mathe mündlich im Abi haben, kriegen den Klassiker ab. Erster Prüfungsteil Analysis, zweiter Prüfungsteil Vektoren. Und wenn ihr das auch kriegt, wenn ihr Vektoren im zweiten Teil habt, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass eine besonders Frequently Asked Question diese hier ist. Ich diktiere euch oder in der Prüfung dann Ihnen zunächst mal zwei Punkte, die Sie sich bitte notieren. Also Zettel, Stift eben schnell holen, falls ihr es noch nicht gemacht habt und macht wirklich mit. Das ist ganz, ganz wichtig. Der erste Punkt ist A, 1, minus 2, 4. Bitte aufschreiben, ne? Der zweite Punkt ist B, 0, 2, 4. Nochmal zur Sicherheit. A ist 1, minus 2, 4. B ist 0, 2, 4. Und die Frage dazu ist, dass ich jetzt gerne eine Geradengleichung hätte. Die Gerade soll G heißen. Und sie soll durch die beiden Punkte A und B verlaufen. Bitteschön. Ja, wenn ich diese Aufgabe bekommen hätte, ich hätte natürlich erstmal wie immer die Punkte wiederholt. Alles klar, hätte ich gesagt. Vielen Dank. Ich habe den Punkt A mit den Koordinaten 1, minus 2, 4 und B mit den Koordinaten 0, 2, 4. Richtig. Ne? Dann können die nochmal kurz bestätigen, beziehungsweise wenn ihr irgendwie eine falsche Koordinate habt, können sie euch korrigieren. Dann würde ich sagen, eine Geradengleichung, in diesem Fall G soll sie genannt werden, besteht immer aus so einem Vektor X gleich. Dann kommt ein Stützvektor und das ist in unserem Fall meinetwegen OA, 1, minus 2, 4 plus R mal oder T mal oder S mal, könnt ihr euch aussuchen. Ihr könnt auch elegant sein und Lambda nehmen. Das machen die in Bayern in der Schule ganz viel. Und dann braucht ihr noch einen Richtungsvektor und da nehme ich AB, also B minus A, also 0, 2, 4, minus, 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 1, minus 2, 4. Und wenn ich das vereinfache, komme ich auf 1, minus 2, 4 plus Lambda mal minus 1, 4, 0. Und dann kann ich noch dazu sagen, dass dieser Parameter, also unser Lambda in dem Fall, dass das ein Element der reellen Zahlen sein sollte, also dass da alles Beliebige, was man sich irgendwie einfallen lassen kann, eingesetzt werden kann. Ja, und das wäre so eine mögliche Geradengleichung von der Geraden G durch die Punkte A und B. Okay, nächste Frage, weil dabei wird es ja nicht bleiben. Jetzt sollt ihr anhand dieser Gleichung erläutern, was genau ein Stützvektor und was ein Richtungsvektor ist. Und da empfiehlt es sich, eine Skizze zu machen und ihr wisst es ja, ich empfehle immer sehr, mit dem Seiltänzer zu argumentieren, weil der halt eine super Vorstellung davon vermittelt, eine sehr anschauliche vor allem, was ein Stützvektor und was ein Richtungsvektor ist. Aber macht es, wie ihr möchtet. Bitte erläutert anhand eurer Gleichung, was ein Stütz und was ein Richtungsvektor genau ist. Ja, wie gesagt, ich hätte mit dem Seiltänzer argumentiert, ich hätte mir eine kleine Skizze gemacht, hier wäre A, hier wäre B. Dann hätte ich die Gerade gezeichnet als Strich, als Linie durch die beiden Punkte, die aber natürlich, wie das für Geraden üblich ist, unendlich in beide Richtungen weitergeht. Und dann hätte ich gesagt, ich habe in unserem Fall OA als Stützvektor und Vektor AB als Richtungsvektor gewählt. Zwei schöne Fachbegriffe zusätzlich zu Parameter, die hier irgendwie fallen sollten, wenn es um Geraden geht. Und dann würde ich noch sagen, dass der Stützvektor ein Ortsvektor ist, der vom Ursprung O zu unserer Geraden erstmal hochführt. Kann man sich also wie so eine kleine Leiter vorstellen, die erstmal vom Ursprung aus zu einem Punkt der Geraden hochführen muss. Das ist der Stützvektor, sozusagen unsere Leiter. Da kann man sich nämlich super immer vorstellen, dass die Gerade ein unendlich langes, gespanntes Seil ist. Und dass man so einen kleinen Seiltänzer hat, dem man sagen will, wie er hier auf der Geraden laufen kann. Also welche Punkte alle zur Geraden gehören. Und dann lässt man ihn erstmal den Stützvektor hochlaufen, die Leiter sozusagen. Und dann, wenn er hier oben steht, am Punkt A zum Beispiel, wenn OA als Stützvektor gewählt wird, dann sagt man ihm, lauf jetzt in Richtung von B. Also lauf den Vektor AB, diesen Richtungsvektor, damit du dich auf dieser Seiltanzgrade, auf diesem Seil weiter bewegst. Dieser Richtungsvektor ist also immer ein Verbindungsvektor zwischen zwei Punkten der Gerade, während der Stützvektor ein Ortsvektor ist, der vom Ursprung zu einem Punktegraden führt. Und dieser Parameter Lambda, der hängt jetzt so damit noch zusammen, dass man also sagen kann, lauf den Stützvektor hoch, lauf die Leiter hoch und dann ein beliebiges Vielfaches vom Richtungsvektor. Der könnte also auch, der Seiltänzer, nur den halben anhängen, für Lambda gleich 0,5. Dann würde er nur bis hierhin laufen. Der könnte den auch negativ laufen, diesen Richtungsvektor, zum Beispiel minus 0,5. Dann würde er den halben Vektor AB nach hinten sozusagen gehen und würde hier ankommen. Und weil man eben für Lambda alles einsetzen kann, was einem einfällt, beliebig große, beliebig kleine, negative, positive Werte, Deswegen kann über diese sogenannte Linearkombination tatsächlich jeder Punkt der Geraden erreicht werden. Nun, eine Linearkombination, falls euch das jetzt neu vorkommt, dieses Fachwort, das ist immer, wenn man Vektor u plus Vektor v und so weiter rechnet und die noch beliebige Vielfache davor haben können. Also a mal Vektor u plus b mal Vektor v und da können aber auch noch mehr dran kommen. Das ist eine Linearkombination von Vektoren. Ja, und damit wäre diese Frage schon beantwortet. Es gibt immer eine Frage zu geraden, wenn ihr Vektoren bekommt in der Prüfung versprochen. Und hier kommen die nächsten. Macht so viele Fragen, wie ihr könnt im Vorhinein, je mehr ihr nämlich kennt. Desto besser, desto weniger kann euch in eurer Prüfung überraschen. Bei Fragen meldet euch und haltet durch. Ihr packt das. Ciao. Ciao.